Dieses Wettbüro hat Angst vor einer Kölner Meisterschaft. Selbst Schuld die beiden Betreiber, selbst FC-Fans und Clubmitglieder, setzten vor Saisonbeginn eine Schnapsidee um. 999 Euro Gewinn für 1 Euro Wetteinsatz. Das Vorbild die Sensationsmeister von Leicester City in England. Nach der launigen Meisterwette kommt jetzt aber die große Meisterflatter. Inzwischen wurde die Quote zwar computergesteuert reduziert, trotzdem ist der mögliche Gewinn beachtlich. Und so würde der Kölner Titeltraum das kleine Kölner Wettbüro nach eigenen Angaben in den Ruin treiben. Noch können die Betreiber ruhig schlafen und wünschen dem FC alles. Bis auf die Meisterschaft natürlich.